Herzlich Willkommen. Heute werde ich euch etwas über Versionskontrolle erzählen, wie sie funktioniert und dann werde ich euch auch noch ein Tool vorstellen, das sehr hilfreich dafür sein kann. Versionskontrolle ist eigentlich ein sehr altes Konzept und es ist eigentlich sehr nützlich. Die Idee ist einfach, dass wenn man ein Dokument schreibt und man hat eine Änderung und man speichert diese, dass nicht die Änderung, die es vorher gegeben hat und die Version des Dokuments, die es vorher gegeben hat, gelöscht wird, sondern man hebt einfach alles auf und es hat offensichtliche Vorteile. Angenommen, ich schreibe einen Text, ich schreibe einen zusätzlichen Absatz, dieser Absatz gefällt mir nicht, ich schreibe ihn weg, ich lösche ihn wieder und schreibe diesen Absatz neu und am Ende stelle ich fest, dieser Absatz war eigentlich gar nicht so schlecht, ich will ihn trotzdem noch zurückholen. Und dank der Versionskontrolle kann ich auf eine frühere Version gehen und ich habe diesen Absatz immer noch zur Verfügung und kann so mein Dokument weitergestalten. In der Berufswelt ist Versionskontrolle eigentlich auch sehr wichtig, hier ist der Fall allerdings anders. Meistens ist es da so, man hat ein Team und dieses Team arbeitet an einem Set von Dokumenten und diese Problematik oder diese Versionskontrolle, die kam eigentlich vor allem auch aus der Softwareentwicklung und das ist natürlich offensichtlich warum. Meistens sind Programme eigentlich auch nur Textfiles. Diese Textfiles werden zentral gehostet und ganz viele Entwickler arbeiten eigentlich dran. Und das führt zu einem Problem. Stellen wir uns zwei Personen vor, sagen wir, wir haben Peter und wir haben Eva. Peter und Eva wollen beide an dem gleichen Dokument arbeiten, also holen sie sich von dem zentralen Repositorium sich das Dokument runter. Peter macht seine Änderungen, Eva macht seine Änderungen und jetzt haben wir ein Problem. Denn wessen Version von diesem Dokument ist jetzt die richtige? Ist es vielleicht so, dass es entweder beides ist, also entweder Peters Teil, dann Evas Teil oder ist es so, dass erst Evas Teil kommen sollte und dann Peters oder ist es so, dass vielleicht entweder nur einer von beiden Versionen dann die offizielle Version dieses Dokuments werden sollte? Es gab jetzt einige technische Lösungen, die versucht haben, mit diesem Problem umzugehen und fange ich mit der älteren dieser Version an und das ist das Checkout-System. Wie funktioniert das Checkout-System? Das ist eigentlich offensichtlich. Man hat ein zentrales Repositorium. Wenn es jetzt so ist, dass Peter dieses Dokument editieren will, was er macht ist, er checkt dieses Dokument in diesem zentralen Repositorium aus. Checkout heißt, dieses Dokument wird in dem zentralen Repositorium geloggt. Das heißt, niemand sonst kann dieses Dokument editieren, bis Peter fertig ist. Die können sich das Dokument anschauen, allerdings können sie keine Änderungen vornehmen. Also hat Peter jetzt das Dokument, er kann seine Änderungen vornehmen. Wenn er dann fertig ist, checkt er dieses Dokument wieder ein und dann kann Eva sich das Dokument wieder auschecken und ihre Änderungen vornehmen. Das Prinzip von diesem System ist, dass es eigentlich immer nur eine aktuelle Version dieses Dokuments gibt und nur eine Person kann zu jedem Zeitpunkt dieses Dokument wirklich bearbeiten. Und diese Methode hat natürlich Nachteile und wenn wir jetzt an ein größeres Team denken, ist es so, wir haben viele Entwickler und dann wäre es ja eigentlich so, dass diese Entwickler dann immer auf die ganzen anderen Entwickler warten müssen, bis die ihre Änderungen einbringen können. Macht natürlich keinen Sinn. Deswegen gibt es auch ein anderes System, das dann später kommt und dieses System basiert auf Branches. Die Idee ist folgendes. Man hat ein zentrales Dokument und wenn jetzt Peter eine Änderung vornehmen will, dann kreiert er sich eine Kopie von diesem Dokument und erstellt sich einen eigenen Branch. So ein Branch ist sowas ähnliches wie eine Versionskontrolle, allerdings kann man mehrere Branches auf einmal haben. Das heißt, es gibt den Main Branch. Das ist immer die offizielle Version für alle. Und dann gibt es ein Peter Branch. Das ist dieser Branch, wo im Moment nur die Änderungen von Peter sind. Und dann haben wir vielleicht ein Eva Branch, den sie anlegt, wenn sie Änderungen vornehmen wird. Und in diesem Branch werden nur die Änderungen von Eva getrackt. So, was wir sehen können ist, wir haben plötzlich drei Versionen eines Dokumentes. Wie gehen wir jetzt damit um? Also, wie können wir das jetzt alles wieder zu einem Ganzen zusammenfügen? So, gehen wir ein bisschen weiter. Eva ist jetzt fertig mit ihren Änderungen und will ihre Änderungen jetzt in diesen offiziellen Main Branch rüber merchen. Und was funktioniert ohne Probleme? Ihre Basis ist ja eigentlich dieses offizielle Dokument und es gab keine Änderungen, also ist das überhaupt kein Problem. Der Merch funktioniert ohne Probleme. Evas Branch ist jetzt wieder verbunden mit diesem Haupt Branch. So, jetzt, Peter ist ein bisschen später fertig und will jetzt auch seine Änderungen überführen. So, er versucht diesen Merch zu machen und jetzt gibt es einen Merch-Konflikt. Und das ist ja eigentlich dieses Problem, das ich auch am Anfang beschrieben habe. Es ist ja eigentlich auch offensichtlich, dass es nicht so geht. Und woher soll jetzt irgendeine Software wissen, wie diese zwei Änderungen, die nicht mehr zusammenpassen, überhaupt zusammengebracht werden können? Und die Lösung, die diese Version jetzt anstrebt, ist, dass der arme Peter diesen Merch manuell machen muss. Das heißt, Peter kriegt beide Versionen präsentiert, die aktuell offizielle Version und seine Version und dann wird ihm aufgezeigt, wo es diese Konflikte gibt. Das heißt, er sieht, okay, da steht eine Zeile von Eva und da steht eine Zeile von mir, die passen nicht zusammen. Und jetzt muss Peter händisch entscheiden, ist es entweder Evas Version, ist es entweder seine Version, sind es beide Versionen, wie ist die Order? Und erst, wenn er diese beiden widersprüchlichen Versionen des Dokumentes harmonisiert hat, kann dieser Merch durchgeführt werden. Und am Ende steht wieder ein einheitliches Dokument. So, was sind die Vorteile von diesem Ansatz? Die Vorteile sind offensichtlich, man hat eigentlich alle Versionen noch vorrätig. Man hat sogar die Arbeitsversionen, die Peter zum Beispiel ab und zu, während er an seinem Branch gearbeitet hat, ebenfalls. Das heißt, es ist absolut möglich, jede Änderung mit jeden anderen Änderungen auch zu verbinden über dieses Merch-Verfahren. Und wir haben trotzdem noch die offizielle Version dieses Dokumentes. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Ich werde euch jetzt ein Tool vorstellen, das dieses Branch-Prinzip umgesetzt hat. Und dieses Tool nennt sich Git. Ich werde euch Git zusammen vorstellen mit einer Website, genannt GitHub. GitHub bietet kostenlos dieses Hosting dieser Repositorien an und funktioniert deswegen super mit Git zusammen. So, jetzt erkläre ich euch erstmal, wie Git aufgebaut ist. Git besteht aus vier Komponenten. Drei sind lokal auf meiner eigenen Maschine und eine ist zentral. Die drei Komponenten, die lokal sind, ist das Working Directory. Das ist einfach ein normaler Systemordner und hier befinden sich jede Menge Files drin. Dann gibt es eine Staging Area. Staging Area ist dazu da, die Files vorzubereiten, die dann in dieses Repositorium eingecheckt werden. Und dann gibt es ein lokales Repositorium. So, die vierte Komponente, die wird irgendwo zentral gehostet, übers Internet, zum Beispiel in GitHub. Das ist dieses zentrale Repositorium. Das Besondere ist, dieses lokale Repositorium und dieses zentrale Repositorium, wenn sie synchronisiert sind, enthalten genau die gleichen Informationen. Eins zu eins kann man aus diesem lokalen Repositorium, dieses zentrale Repositorium wiederherstellen. Jetzt werde ich euch einige Funktionen in diesem Git präsentieren. Die erste Funktion ist die Git-Clone-Funktion. Ich habe hier in GitHub eine Seite geöffnet, eine Testseite und Cloning bedeutet praktisch, man lädt sich ein Repositorium von dem zentralen Repositorium auf seine lokale Maschine, um anfangen zu arbeiten. In GitHub gibt es hier oben dafür auch ein Button. Dort kann man sich auch den Befehl direkt runternehmen. Sonst kann man hier, wenn man dieses GitHub-Client installiert hat, auch einfach auf diesen Button klicken. Jetzt haben wir unser Repositorium lokal heruntergeladen. Jetzt ist es so, es gibt hier eben auch noch einen Client, das heißt ein Programm, das man sich lokal aufbauen kann. Dort werde ich euch jetzt zeigen, wie man eine Änderung in einem File in dieses Repositorium reinkriegt. Nicht ganz so straightforward. Also, fangen wir an. Ich habe hier dieses Repositorium geklont. Ich habe einen neuen Branch angelegt und ich habe ein File hinzugefügt. Dieses File Hello World gibt es hier in diesem zentralen Repositorium noch nicht. Dieses File will ich jetzt reinkriegen. Was sind die Schritte, die ich machen muss, um es reinzukriegen. Erstens muss ich dieses File aus dem Working Directory in die Staging Area bekommen. Dafür kann ich diesen Client benutzen. Er zeigt mir hier auch an, es gibt eine Änderung. Und wenn ich diese Änderung jetzt reinziehen will, kann ich hier auch einfach ein Häkchen machen. Und das ist äquivalent mit einem Add-Command. Somit ist dieses File jetzt gestaged. Jetzt, um diese Änderung in mein Repositorium, in mein lokales Repositorium reinzukriegen, muss ich ein Commit erstellen. Ein Commit nimmt alle gestagten Dateien und pusht diese Änderung dann in das lokale Repositorium. Das Einzige, was ich dafür machen muss, ist, ich muss eine Commit-Message schreiben. Ich schreibe einfach Hello World File. Und dann kann ich hier auf Commit gehen. Jetzt taucht diese Änderung hier in dieser History auf. Gehe mal ganz kurz drauf. Was ich hier jetzt sehen kann, ist, okay, es ist jetzt ein File dazu gekommen. Es wurde von mir eingecheckt. Und ich habe hier auch noch eine ID, bestehend aus Zahlen und Buchstaben. Und das ist der eindeutige Identifier von diesem Chainset. Und damit kann man diesen Chainset auch immer wieder in diesem Repositorium identifizieren. So, genau. Jetzt ist es aber so, diese Änderung ist jetzt hier noch nicht in diesem Zentral-Repositorium drin. Um diese Änderung jetzt in das Zentral-Repositorium reinzukriegen, muss ich das Ganze jetzt pushen. So, pushen geht sehr einfach. Ich kann hier einfach auf den Push-Button gehen. Blablabla. Blablabla. Und so weiter. So. Und jetzt sehe ich auch hier, es gab einen Push. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, dann sehe ich hier auch, ist mein File in diesem zentralen Repositorium angekommen. Jetzt ist es so, ich hatte das Ganze in einen Test-Branch erstellt. Angenommen, ich habe meine Änderung gemacht, aber jetzt will ich irgendwas in dem Main-Branch nachschauen. Das ist jetzt relativ einfach, dahin zu wechseln. Ich kann jetzt hier einfach den Main-Branch auswählen. Und was hier passiert ist, ist, diese File ist wieder verschwunden, weil es ist noch nicht im Main-Branch. In dieser History und in diesen verschiedenen Branchen kann ich jeden Chainset nehmen und diese Version, die es damals zu dem Zeitpunkt gab, zurücksetzen. Und dieser Arbeitsordner wird diesen Stand dann repräsentieren. Und das ist eigentlich das, was Git besonders macht. Ich wollte jetzt noch ganz kurz zwei weitere Funktionen noch zeigen. Das erste ist dieses Fetch. Fetch bedeutet, ich ziehe mir die aktuelle Variante runter, also die aktuelle Version des Repositoriums. Hierbei wird einfach nur dieses lokale Repositorium abgedatet. Das Working Directory bleibt damit davon ungeändert. Es gibt dann noch eine andere Variante, das ist das Pull. Beim Pull wird erst ein Fetch ausgeführt und dann erfolgt ein Merge. Und wenn man hier jetzt Änderungen hat, zum Beispiel, weil man gerade daran gearbeitet hat, kann es hier eben auch zu Merge-Konflikten kommen. Das waren jetzt die grundlegenden Funktionen. Später werde ich euch dann mehr erzählen. Vielen Dank.